Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumau von der Firma Eschbaumau Forst- und Gartentechnik. Letztes Mal haben wir Kunden gefragt, ob man die Seroturnmäher von der Firma Ego auch abdecken kann, wenn er mal draußen stehen bleibt. Und da gibt es nämlich eine super Abdeckpläne und die möchte ich euch jetzt noch kurz vorstellen. Also habt ihr es in einem stabilen Beutel drin, wo ihr es auch aufheben könnt, wenn ihr es nicht braucht. Also das ist ein richtig stabiles Material, wie so Abdeckplanen heute sind. Das ist ein und ist unten hier auch so ein Gummizug, dass ihr die wirklich rüber machen könnt. So. So. Jetzt einfach bloß oben drüber stülpen. Wie gesagt, der Vorteil von dem Gummizug ist, es hält halt auch schön. Also ihr könnt es vernünftig abdecken und ihr habt den Traktor, den Seroturnmäher, vernünftig geschützt und so kann man ihn auch mal draußen lassen. Wenn ihr jetzt keine Unterbringungsmöglichkeiten drin habt oder wo unterwegs seid, dann könnt ihr den mit der Abdeckpläne super schützen. Ja. Genau. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es euch gefällt mir. Liked es mich, abonniert es mich. Ich verlinke euch wieder die Abdeckpläne. Wie gesagt, Zubehör für das Seroturnmäher. Man kann es natürlich für andere Geräte, die ohne Fangkorb sind und nicht so groß, genauso verwenden. Ansonsten gibt es natürlich auch eine größere Abdeckpläne. Zum Beispiel von Honda habe ich da eine für die normalen Traktoren mit Fangkorb, die entsprechend länger und größer sind. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag bzw. Abend. Dankeschön.